Toad Ich weiß nicht, es ist möglich. Wer es war, es war nicht so, dass Toad ihn glücklich war, zu sehen. Na ja, vielleicht kann Prinz Lawrence warten. Ja, er hat ihn nicht gesehen. Er könnte auch ein paar Hilfe nutzen. Na ja, woher zuerst gehen? Blut, blut, blut. Sie sahen richtig, als ein Mann drüber geht durch all die Wissmanns Dinge. Du denkst, er hat es gemacht? Was ist sein Manns Name? Lawrence. Prinz Lawrence. Ich würde mich gerne entscheiden. Komm, Toad. Toad klingt, wie er jetzt Hilfe braucht. Wir können den Prinz Lawrence in beobachten. Okay, ich freue mich nicht, dass er die Nachrichten an ihm. Der Frosch oder der Prinz. Und wir haben uns den Frosch ausgesucht. Ihr könnt ja mal sagen, was passiert wäre, wenn ihr das spielt. Was passiert wäre. Und wir kamen raus aus der Tür und ich landete auf Toads Auto. Und wir kamen raus aus. Sie haben eine wirkliche Mühe gemacht. Ja. Sieht so schlecht als der Tag. Ähm. Ist jemand da oben? Hey! Warte hier. Töne. Säge. Das ist genug, okay? Alles gut! Setz ihn. Wir sollten wahrscheinlich das fixieren. Helen macht das nicht so viel wie ein Müll. Was ist das der Sonne? Toads, glaube ich. Seid schön in da, okay? Ich glaube, dass es jemand anderes ist. Es war nicht, aber es war nicht. Es war nicht nur ein Leaky Drainpike. Imagination! Soll ich mich gut. So, du weißt. Entschuldigung, Frau White. Aber danke für Sie kommen. Vielen Dank. Was ist passiert? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Nichts ist passiert, Bigby. Ich weiß, was bedeutet das. Oh, wir gefallen. Es ist eine Waffe, Frau White. Ich weiß, was ich jetzt nicht? Nein, das ist alles gut. Entschuldigung, Frau White. Was war nicht? Was war nicht? Ich weiß, Frau White. Waren sie nicht? Er ist ein Fuss, als ich Frau, wie es ihr Vater ist. Come ist es. Wann? Ich weiß, dass sie jetzt nicht so gehen. Ich bin nicht mehr von hier. Ich bin, ich bin ja auch verletzt, Aber es war nichts. Aber es war nichts. Was ist das? Niemand war hier, und etwas ist passiert. Sobald diese Reise nicht ein totales Waste von Zeit, ich werde ein bisschen schauen, bevor wir wegkommen. Okay? Die lange du sprichst, die lange das dauert. Also stand da und schau... Alright, alright! Ich habe keine Waste von deinem Zeit, das ist all. Ich habe eine Sorte, eine Sorte, was du möchtest. Grown-ups. Am ich richtig? Uh... Hey, du wißt du was? Flycatcher hat gesagt, dass du eine sehr fantastische Insect collection hast. Ich würde es wirklich gerne sehen. Ist es in deinem Raum? Es hat einen Weevil. Cool. Dann schauen wir mal ein bisschen, was hier los ist. Was haben wir hier? Ungekippte Lampe. Aber es ist nicht eingesteckt. Hier finden wir nichts mehr. Ich bin nicht eingestellt, meine Reise. Soll ich die Fremde? Ja. Oh, das ist das Blut? Ja, das ist das Blut. Es war noch nicht seltsam. Ja. Na ja, ich kann's neu sein. Wunderd. Wie kam es zusammen mit einem schönen, zu versuchen, herauszufinden? Ich komme ein einfacheres Schrafen. Habe mich nicht vermisst. Pfeife, Blut auf der Wolle. Es ist verrückt, ich weiß. Das klingt schmerzhaft. Hey! Du gehst jetzt nicht zu Mavarenning. Die Wunsch war nicht sehr lange, du weißt. Die Pferde waren ein Fäbel, ich glaube. Und ein Pferd. Kratzer. Und ich habe nicht vergessen, die Chancen zu diesem Ort. Und ich musste durch die Wolle. Wirklich? Ich habe Júnior Angst vor dem Tod. Und was ist hier passiert? Die Pferde? Was ist das? Es gibt mehr Blut auf der Kante. Das hat sich schon vor, oder nachdem du in die Wolle kamst? Nach, nach. Ich war, ich war, ich war die Kohl's, und es schlitt ein bisschen. Slicte in mein Fuß wie ein Seashell. Hörte wie ein Scheiße. Wenn du etwas sagst, dann mach es. Warte. 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 Hast du es auf deinen Fuß? Du hast mir vorhin gesagt, dass du deine Hand kaltest. Ja, nein. Ich habe meine Hand kalt. Ich kalt meine Hand erst. Und das machte mich das verdammte Ding auf meinen Fuß. Ha, 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 ha. Das ist wirklich ein Flipp von Events. Das stimmt doch, irgendwas nicht. Ganz ehrlich, Leute. Nein. Das stimmt. Es ist nichts zu lösen, Scheriff. Ich erzähle dir alles, was passiert. Warum glaubst du mir? Ich bin, was geschehen. Ich meine, Dinge Energietern zusammengefasst. Ich versuche so, keinereckliche Fehler. Dieses stauend ist. Er wird zu schien, Toad. Es sieht nach einer Stolung und einer Flughafteilung aus, Und ich weiß nicht, warum du es schützt, aber ich weiß, dass du etwas schützt. Aber ich bin nicht... Und du wirst es nur noch schlimmer für dich für dich, desto länger du steigst. Ich bin nicht schützend. Honest. Wir sehen uns. Das ... mehr Blut? Nein, nur ein cleanes Raum in der Luft. Wir sehen uns im Kopf. Vielen Dank. Blödy, Bigby! Was hast du schon gedacht? Wann hast du einen Tadwateren? Nein, nicht das Recycling? Was der Sinn von all das? Das Beste ist hier, was Sie? Just tell me what happened. Nothing happened, mate. Nothing! And why did the lamp have to be there? Of all the blooming, pointless inquiries. It's my own place. Don't you think I'll know what happens in it? Because the lamp was always over here, Toad. It was over here, and now it's there. The space in the dust is from where you moved it. I did some refiguring. Who fucking cares? Bloody hell, mate. Come on, get off with this. Wir haben noch irgendwas übersehen. Der letzte entscheidende Punkt. Ich möchte gerne mal die Verletzungen auf ihm sehen. Ich glaube,ir ohne Hunger, will ich nicht becusibili, Montag? Ich glaube, mehr junior ist ein creepier zu ihr. Die Leute denken, dass sie es sind. Ja. Wie geht's das? Es gibt nichts, aber ich weiß noch was. Die Kinder hat nichts gesagt? Nein, nichts wirklich. Er war wirklich schrecklich, vorhin. Er wird nicht sagen, warum. Was ist passiert. Okay, Toad. Ich hab die Schnatze voll. Uff, dir selber. Die Lampen könnte nicht möglich sein, Toad. Du hattest es hier den ganzen Tag reingekommen. Niemand hat die Lampen aus der Wälder und durch das Ding zerbrochen. Das ist, was passiert, nicht wahr? Ausgucken kann ich nicht. Kabel zeigt nichts an. Ist noch unten drunter irgendwas hier? Ich kann die Kamera leider nicht drehen. Was haben wir denn hier? Und warum ist die Lampen der Lampen? Huh? Die Lampen. Es sieht aus, dass jemand in die Tür einbauen hat. Ein Spott der Dastung und ein broken Lampen. Was hast du denn, Mann? Oh, für Christ's sake. Das Lampen hat sich nicht verstanden, Mann. Das Lampen ist, wie alles in diesem Blöden-Bülding. Hm. And I'll tell you what else. It's embarrassing you bringing all this shit up, alright? So quit it with a third degree and all that. Bigby, come on, I'm begging for mercy over here, old boy. I was looking forward to a nice afternoon. Just me and me son, and you've taken up enough of a day with all these... They're sniffing around in me private belongings. I'm sorry I called, really I am. But will you please, please, just bugger off? Not yet. No one fought anyone, Bigby, there wasn't any scrap. So when? When are you gonna leave? I mean, I feel like I'm on trial here. In me own bloody home. It's not seemly. When? When you start telling me the truth, Toad. Well, I've told you the truth, mate. Jesus Christ, what more do you want? Toad, these stories have made no sense. You didn't cut yourself on the poker. You didn't forget your keys. You didn't bump the lamp off the table. You wanna tell me what's going on? She doesn't think much of me, I don't think. Oh, I wouldn't necessarily say that. Progress? Progress? Mr. Toad, you're bleeding. Do you have any damage to the table? What do you think? Take off the hat. What's the matter? What's the matter? Er kam in, schreitend über etwas, die Waldmann hatte. Ich dachte, er hatte. Ich weiß nicht. Er hat mich auf den Ort gezwungen, als ich sagte, dass ich es nicht hatte. Ich versuchte, um rauszuhren, aber er hat mich zurückgezogen. Es ist ein altes Morgen, ich kann sagen. Er hat sich nicht. Er hat sich nicht gehört. Er hat sich etwas über Prinz Lorenz gesagt. Ich weiß nicht, ob er schon da war, oder ging da, aber er hat sich gesagt. Er hat sich etwas über ihn gesagt. Ich würde dich sagen. Ich wollte dich, wirklich, ich habe. Aber er hat gesagt, wenn das immer wieder zurückgezogen hat, wenn er immer glaubt, du wissen, oder Frau White, dann würde er wiederholen, um meinen Mann zu töten. Ich versuchte, dass der Mann eine Karte gegeben hat. Er würde nicht nehmen. Whose Karte? The Frau. Dad brennt Dinge von den Menschen, die hier leben. Er, manchmal... Brennt? Ich habe nichts. Ich bin hierher, würde mich überraschieren. Oh shit. Ich würde es nicht auszusehen. Warte. Es ist ein Schraub. Natürlich ist es. Für mein Glück ist es ein Schraub. Es ist zu Prinz Lorne. Willst du es versuchen, ihn zu geben? Es ist ein Schraub. Entschuldigung, Faith. Was könnte sie für mich entschuldigen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es, Lawrence. Es ist ein sehr verrückter Tag für uns alle. Ich würde dich aussehen, aber ich bin Angst, dass du mehr Blut in den Ort wirst. Es war sehr schön mit dir, T.J. Es war sehr schön mit dir, T.J. Ich weiß nicht, dass Sie mir die Zeit nicht mehr haben. Ich weiß nicht, dass Sie schäuern. Ich weiß nicht, dass Sie sich nicht schäuern. Also Sie sind die Prinz? Ich weiß nicht. Die Prinz. Ja. Das ist unsere beste Leid. Man kann es natürlich immer alles schlecht machen, ey. Das ist immer einfach. Gut, Toad konnte mir wenigstens helfen.